Hi Leute, ich bin nochmal Chaos45 und willkommen heute zu Mindschaft. Aber Lethal Company verfolgt uns. Beziehungsweise die Monster aus Lethal Company. Ich hab sie nicht verlassen. Der hat mich geschubst. Das ist echt so easy, was soll das? Das war Ryan. Leute, Lethal Company ist so ein neues Game. Ich trage das Privats auf. Viele von einem Zweitchen habe ich sogar ein paar Clips davon hochgeladen. Wo ich auf Österreich spiele mit meinen Brüdern. Ey, jetzt hört mal auf hier. Ja, was ist Lethal Company? Das ist ein Spiel, wo man einbrechen muss und Loot klauen. Und dabei verfolgen wir eine Monster. Das ist aber ein Neues-Spiel. Ja, Ryan, wir nutzen uns heute ein neues Auto. Gabo will nicht mitmachen. Oh, Gabo. Gabo, bist du schon groß genug, um mitzuspielen? Nein. Okay, let's go hier. Wir haben brandneu des Silvester. 1,6 Millionen Design. Limitiert im Shop hier. Zur Feier von 1,6 Milliarden Abonnenten. Ja, ist ein Hochdruck. Passend hier im Feuerwerk-Style. Oh mein Gott, Leute. Lars ist dabei. Mach mal an, sage ich. Hallo oder so. Hö, das war voll gut. Und jetzt machen wir Ryan. Willkommen. Willkommen. Mein Name ist Easy Cheesy. Das macht dein eigenes. Jetzt machen wir Cambo. Mach mal Cambo. Warte, hier hast du den Kopf. Moin, Leute. Gib mir den Kopf. Moin, Leute. Hey, Mann. Ich mach das mit viel mehr Krampf. Nee, komm, mach auch so. Moin, Leute. Heute. Heute werden wir verfolgt. Ich sag einfach. Wenn du das gleich noch viel mehr mein Shop verfolgt. Wir haben heute verfolgt Folge 99. What? Insgesamt. Ja, 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 ja. Gibt es bei 100 ein Special? What? Das weiß ich noch nicht, aber... Bei 100 ist Lars dabei. Alles klar, Leute. Folge 100 kommt 2034 oder so. Nöte. Ich sag's euch. Irgendwann... Jetzt hast du hier mit Lars. Er wollte eigentlich heute dabei sein, aber Lars ist... Er schreibt dann halt random. Er schreibt mir zum Beispiel so... Jo, Flo, wollen wir Backrooms aufnehmen? Das war richtig cool. Unterschreibt mir so um 2 Uhr nachts. Klar, weil Backrooms um 2 Uhr nachts erst so richtig knallt. Dann kriegst du richtig erst. Okay, alles klar. Wir haben jetzt heute vier Monster dabei. Hab ich speziell programmieren... Du meinst... Ruh, ruh, ruh! Guck dich um. Ich glaub, ich weiß, wer das ist. Ja, ja, guck dir an, guck dir an, guck dir an, guck dir an. Was ist denn? Okay, glücklich. Das hier ist ein Coilhead. Das ist eines der Monster. Das ist so ein... So wie so eine Schaufensterpuppe mit so einer... Was ist das? Mit so einer Federraum hier. Der ist wie SCP-N73 oder wie eine Weeping Angel. Wenn du den anschaust... Das heißt, du musst ihn angucken? Ja, ja. Ich guck ihn an, ich guck ihn an. Kann man bei denen jetzt ein Auto lesen oder wie funktioniert das? Lethal Company. Ne, nein, nein. Was passiert, wenn man den nicht anguckt? Ähm, probier's mal. Okay. Oh mein Gott! Ja, ja. Aber er hat sich im Schritt bewegt. Aber das sieht süß aus, wenn der geht. Guck den Mann nicht an, guck den nicht an. Der sieht voll süß aus. Ich guck den nicht an. Oh mein Gott! Jetzt, da ist die man uns erwischt und dann, da sind wir... Was passiert, wenn man den angreift? Ja, ja, nix. Probier's mal aus. Dann kriegst du kein Auto mehr. Komm mal, der ist unsterblich. Ja stimmt, sonst leestet ihr kein Auto. Echt krass. Gampo, vielleicht leestet ihr den, äh, wie ist das? Der, egal, welcher war das? Dieser Spieler aus der, aus der Runde da? Achso, nen AMG. Der Tiernest, der soll ich ziehen. AMG. Pass auf, pass auf, guck dir an, guck dir an. Oh mein Gott, das ist creepy. Der hat aber ne wilde Nase. Sind den cool. Ja, ich sag es easy, wir haben halt... Kann ich ein bisschen von dem haben? Junge. Oh, Gambo-Nase fast. Aber auch nur fast. Der kommt das anders auch nicht an die Kranke. Ich hab ne Spitzhacke für euch, ich hab ne Spitzhacke. Aber wer will eine? Ich will eine Spitzhacke. Danke. No, wo es geht. Ich sag, wir müssen aufpassen, wir haben heute nicht nur ein Monster. Wir haben vier Monster. Und die können auch alle gleichzeitig kommen. Also das ist... Cool. Ich geh mal zum Ruined Portal. Easy freut sich drauf. Gambo, wie... Oh mein Gott, du musst ihn da angucken. Nein, nicht Gambo. Jetzt gibst du noch eine große Nase hier. Oh mein Gott, die Sound von dem ist richtig... Weißt du meine? Genau, deine Easy. Guck mal, der wobbelt auch so richtig mit dem Kopf, wenn du mal nicht anguckst. Das ist richtig funny. Ob das so funny ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Gambo hat das vorher auch nicht so funny gefunden. Gambo, wo bist du? Gambo. Gambo? Wo ist Gambo? Willkommen! Gambo, Gambo. Gambo, kannst du einfach die ganze Folge stehenbleiben und den anschauen? Alles klar. Hö, bei mir Bugs! Hö, bei mir schaust du auch so aus wie der. Hä? Ja, ich glaube, das liegt am Mod. Alles klar. Hö, mein Schuft, aber Gambo wird zum Monster? Wait, hier ist ein Portal. Oh mein Gott, pass auf, ist sie! Ja, ich weiß, hier ist noch einer. Ich guck den schon an. Wait, es ist wirklich ein zweiter. Ja, ja. Leute, ich kann nicht beide angucken. Ich habe hier einen Standort mit einem. Gambo, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück, Gambo. Ja. Oh Gott. Easy, guckst du an? Äh, nee, ich guck an nicht an. Ich brenne gerade. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, pass auf! Ich gucke ihn nicht an, ich gucke ihn nicht an. Der andere läuft, der andere läuft. Gambo, guck ihn an. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Okay, ich gucke ihn an, ich gucke ihn an. Okay, ich glaube, das erste Mal verfolgt das werden wir. Nein, ich bin in die Lama gefallen. Hilfe, Leute, Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Oh. Oh. Okay. Ich habe beide im Video. Ich kann beide angucken. Haha, Junge! Seriously, das ist nur ein Monster, es gibt vier. Bro, warum gibt es auf einmal mehrere? Ähm, naja, ich dachte, Gambo, du stirbst zu wenig, deswegen. Aber hier ist Essen drin für euch. Oh, das Portal. Ich kann aber nicht in die Kiste gucken. Oder Gambo, guckst du dir noch? Hör mal rein rein rein, hier. Guck mal. 14 Jahre Fullprint, aber mit. Guckst du einer von euch? Oh. Oh mein Gott. Einer von euch muss gucken, ich will in die Kiste rein lootern. Wollen wir nicht langsam in den Nether? Ja, aber wie, warte, wie machen wir das? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Was ist das? Du bist mein Helm. Oh, guck ihn an, guck ihn an. Ah. Nein. Okay, wir fährt jetzt ins Portal. Warte, warte, warte. Was macht der Letzte denn ins Portal gehen? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Komm, bau zu. Oh. Oh mein Gott. Wir sind safe. Ja, bau das Ding zu. Wir sind ja safe, bau zu hier. Junge, diese komische Puppe. Alter, aber ich muss sagen, so ein Feeling hatte ich schon lange nicht mehr verfolgt. Das ist so richtig, so dieses komische. Ja. Toll. Wir hatten auch schon mal verfolgt von SCP-173. Das ist ähnlich wie diese Figuren, aber das war eines der vier Monster insgesamt. Das war der Coilhead. Cool. Bitte sag mir, dass das der schlimmste von einem war. Wollen wir langsam weiter? Ich glaube nicht. Oh, eine Neubefestung. Ähm, ja, ja, wir müssen in die Richtung. Irgendwo hier hinten soll angeblich eine Beistung sein, laut meinem F3. Woher weißt du das, Mann? Ich hab, ich hab trianguliert. So ist der laufende Taschenrechner. Ähm, habt ihr auch, oh ich seh sogar die Bastion hinten. Echt? Guck dir mal, guck dir mal. Wir haben keine Goldsachen an, wir haben keine Goldsachen an. Oh nein, wir haben keine Goldsachen an. Oh nein, wir haben keine Goldsachen an. Ich hör was. Hört ihr das? Ja. Das ist das geleasete Auto, oder? Das ist ein Motorrad. Nein, 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 nein. Das war ein Braken. Das war ein Braken. Warte mal, habt ihr ihn gesehen? Ne, das ist das Gambus Magen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Mach mal nen Bauch auf. Oh mein Gott, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Okay, der hier? Warte mal ruhig. Ich brauche Gold ab. Hier, hier war noch einer, hier war noch einer. Okay, okay, hier erklär ich mal, wie das Monster funktioniert. Lass mal hier in die Ecke gehen. Pass auf, der ist da... Äh, da hinten, da hinten. Das ist so ein schwarzes Monster, ja, ja. Ne, pass auf! Oh mein Gott! Wie ist der denn jetzt hier hingekommen? Okay, okay, warte. Lass mal angucken. Ich erklär mal das andere Monster. Der Braken ist so ein Stalker. Der schleicht sich immer von hinten an, macht gar keine Geräusche normal. Und wenn der einen berührt, dann bricht er ihm das Genick. Easy! Easy! Pass auf! Pass auf! Hat sie was gebraucht? Aber der hier, der hier... Ne, schade. Äh, Ryan. Der dreht sich grad um. Ganz kurz, den Braken umgeht ihr. Wenn ihr ihn seht, einfach anschauen kurz. Dann hat er Angst und läuft weg. Aber wenn ihr ihn zu lange anschaut, dann wird er Meidung und greift euch an. Also... Pass auf! Au! Oh mein Gott! Ich kann doch nicht jetzt rückwärts laufen im Netter, das ist ehrlich. Du schaffst das schon, Ryan. Ich laufe in Lava dann. Ich lauf mal weiter. Ich guck genau, ich guck genau, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Okay, okay, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Pass auf! Irgendwo ist der andere. Oh mein Gott. Ja, die Sachen, okay, warte. Die Sachen, die einen müssen wir anschauen und den anderen auch, aber nicht zu lange. Das ist richtig probiert. Das ist... Komm, komm hier, Ryan, komm hier, komm hier, komm hier. Ihr könnt schon, glaube ich, laufen. Ich weiß nicht, wie schnell der ist, wenn man nicht anguckt. Leute, Leute! Hier runter, hier runter! So! Ah, das ist eine Stable Spaschen. Oh mein Gott, wie viel viel! Wir haben alles gut, ich glaube... Ja, wir haben hier einen Good gehabt. Kommt hier ran. Ich bin oben bei den Piglins! Oh, stimmt die, sie gibt sie auch noch. Ja, ich lebe! Was macht ihr denn da? Was ist denn jetzt los? Wait, das ist eine... Es ist eine... Irgendwo hier in der Nähe ist gerade eine Rakete gelandet. Piglins, das ist ein Piglins. Ja, im Spiel lief und company, kann man sich was bestellen und wenn man sich was bestellt, dann kommt so eine Rakete und die bringt Loot. Also, irgendwie hier in der Nähe ist schon gerade Loot gespawnt. Ähm... Ihr seid fein, oder, Ryan, Gavo? Ja, ja. Die sind alle auf dich, Agro. Ich guck dir hier an. Ah! Oh mein Gott! Irgendwie so, geht hier! Oh mein Gott, wie viele sind... Oh mein! Pass auf! Brake, brake, brake irgendwo! Au! Ja, der wanted it. Ryan, geht's dir gut? Äh, ja. Ich stehe hier noch die Piglins an. Also, weil sie nicht mehr auf dich aggro sind, habe ich ein Problem. Ja, du solltest eher schauen, dass nicht die Puppe kommt. Okay. Der Coilhead. Ah, kill mir die Piglins hier. Ich glaube, ich stehe hier raus. Kill? Oh mein Gott. Ja, ein bisschen... Alles gut. Gambo, easy, easy, wo bist du? Ich bin oben und traite mit meinen eigenen Piglins, Flo. Pass auf, Ryan, Ryan! Oh mein Gott! Easy? Ja. Ich bin bei easy. Easy über dir, pass auf! Oh mein Gott, I'm serious! Ich guck den aber an, keine Sorge. Ryan, bist du safe? Ist da jemand? Ja, über dir. Oh, ich warte! Ein Wakenkopf, okay, Wakenkopf. Nein, wirklich? Ja, ja. Wakenkopf an schon! Pass auf, da findet euch! Dreht euch um, dreht euch um, dreht euch um! Ich guck den komplett an. Kambo, du bist mein Held! Ihr müsst immer... Ihr müsst immer... Ihr müsst immer einen 3-60 machen. 4-60! Pass auf, Flo! Warum bei uns? Warum bei uns? Warum bei uns? Ich hör's! Ich hör's! Ich hör's! Ich hör's auch, Flo. Was machen wir? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, hier sind Hoggins! Lass mal hier schnell die Straits fertig machen! Komm mal nach unten! In die Paisen zu uns! Oh, oh! Wollen wir nach unten kommen? Ja, ja, komm zu uns, komm zu uns! Okay! Oh, hier ist Bracken! Hier ist Bracken! Wow! Wo, 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 wo! Oh, ich seh! Ich hab mich gesehen! Ich hab mich gesehen! Ja, wie viele Munster sind! Ich hab's gewissen! Alle vier! Ne, warte mal, ne! Das waren bis jetzt erst zwei, also... Die anderen zwei, äh, Kambo... Die anderen zwei Munster haben doch gar nicht gesehen! Warte, was? Ja, das ist auch... Hör, ich hab hier ein Best Audi bekommen! Oh, oh! Leute, seid ihr hier irgendwo? Oh mein Gott! Mann, der ist bei mir! Ey, ich bin richtig paranoid hier! Okay, ich hab die große angeguckt! Guck ihn weg! Oh, da seid ihr ja! Das ist doch ein Monster! Okay, das bin ich! Wir können hier draus! Guck mal, hier können wir ne Base bauen! Cool, ne Base bauen! Nein! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Guckst du grad zufällig? Ja los, Ryan! Trau dich! Trau dich! Guckst du grad das Ding an? Nee, ich guck hier gar nicht an! Ich hau hier vor dem Schwach! Äh! Hab die Perlen, hab die Perlen, by the way! Ja, wer hat's wer? Brauchst du welche? Äh, gib's den Pickens! Hä, wieso soll ich den Perlen-Pickens... Äh, den Pickens... Junge, Kambo wurde auch von dem Hockey! Junge, Kambo, das schließt mal ein Monster, das uns verfolgt! Was auf Breakin'! Oh... Und die Puppe ist irgendwo! Ich hab die gerade bewegen hören! Ich muss die einmal vorbei, weil ich möchte die nicht runtergehen Ach so passiert doch eh nix! Wo ist die Puppe? Wo ist die Puppe? Okay, wir können gehen, wir können gehen. Alles gut, alles gut, warte mal, ich hab ne D, guck ihn an, guck ihn an, guck ihn an! Ich guck ihn an, ich guck ihn an! Ich guck ihn an! Was machst du denn? Ja, ja, er kann sich nicht bewegen, wenn wir ihn angucken. Ich guck ihn an, ich guck ihn an, er kann sich nicht bewegen. Guck ihn genau an, in die Augen. Ryan ist davor gelaufen! Guck! Oh mein Gott! Okay! Okay, ich hab den jetzt erstmal los! Ich hab den in die Lava gesucht! Ey, er war richtig smart! Oh, pass auf! Oh, ich hab den wirklich in der Lava, okay, das ist zurück zu fest und schnell! Nein, hier ist noch einer! Wo denn? Nach vorne, ich hab ihn gesehen! Ich guck ihn an! By the way, hier essen, wenn er braucht! Oh, ich hab's vergessen! Warte, warte, warte! Ich hör gern was! Warte, jetzt muss der andere sein! Er tut uns, er tut uns! Oh! Oh mein Gott! Kommt jemand wieder von hinten und bricht mir das Genick? Na, ja, das ist das Ding! Du musst ihn anschauen, aber du musst auch hin oder hinter dich gucken, wer mit der andere nicht kommt! Flo, weißt du, was du unbedingt anschauen musst? Was denn? Hey, wo kommst du hin? Oh mein Gott, hier bin ich! Na, das hier musst du unbedingt anschauen! Hä? Ja, zeig das denen! Hey, guck mal, Keule! Hast du Bock, 14 Jahre fullprintieren zu können? Ich würde hier richtig gut stehen auf deinen, äh, naja, äh, Monsterkörper! Was, du, was, du im Gym? Was, ehrlich? Was drückst du auf der Bank? Er hat den Nacken trainiert! Ja, stimmt! Ich hab Enderperlen zu tun! Oh mein Gott! Ich hab' den Nacken trainiert! Nein, jetzt hat der die Enderperlen genommen! Also, der Shop.com, Gönnig, 4zerre fullprint! Gibt's noch wenig Stück, ist fast ausverkauft! Nein, du guckst, gell? Warte mal, ich gucke! Ah, ich gucke, du kannst weiter! Komm' zurück, komm' zurück! Nein! Oh, okay, okay! Oh, okay, ich guck, ich guck, ich guck! Oh mein Gott, ich guck, ich guck! Junge, ist das creepy! Okay! Er ist irgendwas an der Monster, was man anschauen muss! Und guck mal, der wirkt jetzt ganz friedlich eigentlich! Das stimmt, das ist ganz nett aus! Gambuc, geh mal hin! Ihr seht's vorhin schon gesagt, ihr findet den süß! Der ist echt süß, ja! Ich hätte ihn gerne für zu Hause! Alright, du suchst den Regen so was, was in deinem Zimmer steht! Stimmt Der kommt jetzt nicht hier rauf, oder? Hier ist unser Portal, hier ist der Anfang Ich glaube aber, die können wirklich nicht Warte, warte Ich gucke, ich gucke, ich gucke Hier ist doch eine Oh mein Gott Gabo, gib dir mal einen Gruß Warte Okay, ich lass dich mal alleine, ihr beiden Warte, warte, Gabo Ey, ey, Leute, ey Gabo, guck ihn an, nicht vergessen Jaja, ich guck schon Pass auf, stopp Ich gucke Was denn? Ich gucke Ich seh ein Geistermädchen Oh mein Gott Oh, hier sind Lohn Wait, Gabo, Gabo, Gabo Wo ist er ein Geistermädchen? Wenn ihr mich spürt, stirb ich Was? Ja, die sehen euch, die sehen euch Das ist ein Fluch, das kriegt ein random Spieler Der sieht so ein Geistermädchen Ich glaube, du hallucinierst, aber du weißt nicht Das Flo trollt Oh mein Gott Oh mein Gott Die hab ich fast erwischt Alles, ob ihr die nicht seht Oh Gott Oh, wir sind trollen jetzt Gabo, kommentare, 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 Gabo Nein? Okay Los, die Gespenster Nein, 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 das ist Das ist das Geistermädchen in Lethal Company Kommt her, kommt her, kommt her Das heißt, ich bin jetzt verflucht Alle haben einen Altfleck Und BAM Oh nice Okay Ah, lass mich gehen, ich hab looting Nö, ich töte die Hö! Ja, dann gib denen nur so einen Hit Aber Easy, wie sollen wir da einen neuen Weltecord aufstellen? Wobei, Easy hat eh schon den Weltecord für die meisten Tode verfolgt Acht, Plays, wir sind out, wir sind out, wir sind out Ruhig, 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 ruhig Hört ihr nicht dieses Hey Nö, keiner war so Ich seh nur die ganze Zeit Diese Schritte Wake up Okay, lass mal schauen Wir sind direkt am Spawn Die Festival sind am Spawn Das heißt, lass mal ein bisschen weiter Weg hier Okay Ähm Zu bessern Korns Weil das Stronghold generiert erst so Ungefähr 210 Blöcke im Nether weg vom Spawn Aua F*** Ich guck zurück, ich guck zurück, ich guck zurück Ich guck zurück Junge, dieses Mädchen, was will die von mir? Ich muss das abbauen Das kriegt halt einen random Spieler, diesen Fluch Von dem Mädchen Also wenn ihr das seht Ruhig, ich hör sie Die ist da, die ist da, der rein hinter dir, siehst du die nicht? Was denn hier ist nichts? Pöl dich hier rüber, pöl dich weg! Nein, hier steht direkt hinter dir Was macht ihr hier? Rylmudo ist von easy gekillt, hö Nein, er hat einen Enderferner auf Rylmudo ist gestorben Rylmudo ist hier hinter dir Dreh dich um Was denn? Ist er bei uns? Irgendwo ist der Brake an Flo halluziniert wieder Ich halluzinier nicht Hey Hey Hi, was geht? Da seid ihr Was? Hey, hey Flo Nein, nein, nein Hey Was will diese kleine Hexe? Ich laufe jetzt weg hier Wie redest du mit easy? Was? Der hat keine Hexe genannt Nein, 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 nein Wie kannst du nur? Oh mein Gott, ich dachte gerade, dass die Puppe hat Easy, du hast mich gerade so erschrocken Du hast mich Hexe genannt Nein, das ist dieses kleine Mädchen da Das Geistermädchen Welches Geistermädchen? Warte mal, Warte mal Easy Warte mal Easy, hörst du sie auch? Weil dann bist du auch verflucht Gequatzen echt gut Lass mal hier bauen Wo ist Gambo eigentlich? Junge, der ist... Keine Ahnung Ich habe Worte entnehmt Nein 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 Kannst du nicht ernst nehmen Es ist hier in der Ferne Lava Es ist Portal, es ist Portal They break it Der will den Rekord von Easy brechen Oh, oh 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 mein Gott, ich habe es überlebt Gambo ist verloren, mach das Portal kaputt Wir können ihn aufgeben Hey, wo ist Gambo? Kommt der hier auch mal durch, oder? Ich glaube, warte Ich habe mal alles das Portal benutzt, Leute Was? Oh mein Gott Okay, lass mal hier ein Retour machen Ähm, Glowstone Ich habe sauviele Bolle Wir sollten Feinds in den Dragon zu besiegen Ähm, habt ihr Baublöcke? Ne, aber ich habe das hier Ich bin zwar nicht, aber ich hab's Ich habe Baublöcke Easy, easy, easy Ehrlich, ehrlich Wie viele Abonnenten glaubst du, hast du mich abonniert? Oh, seit... Ich glaube, so seit 1800.000 vielleicht Die Hälfte davon Boah Leute, das Ding ist, irgendwann in Zukunft werde ich mal 2 Millionen Abos haben Vielleicht 4 Millionen Vielleicht alle Millionen Aber jetzt Waren wir bei 1,6 Millionen Ihr könnt dann sagen Ihr wart hier Ich war der Erste Ich war der Erste Ich war der Erste Keine Ahnung Achso Wahrscheinlich mein Bruder oder mein Vater Wenn man nicht weiß, wo die sind, ist das richtig creepy. Wo robt ihr meine Köpfe? Das waren meine Baublöcke. Das waren seine Baublöcke einfach. Ryl, kann man mit Köpfen fast bridgen? Oh mein Gott, pass auf! Im Wasser. Hallo? Oh, Goldblöcke. War der Kräfte auch das Schaf an? Ich habe hier alles so einen Blick, Leute. Derige, ich habe es. Ich glaube, der stattdierte die Seele. Oh mein Gott, hier war einfach ein OP-Gold. fluid. Nein, Ryan. Ryan, Ryan, Ryan! Ich sehe sie. Ryan, Ryan ist es verflucht. Was, Ryan ist es verflucht? Was? Wieso? Oh, ein OP-Gap war da drin. Ja, in der Truhe da. Wow. Guck mal, ob noch was saß. Ryan, 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 Ryan! Ryan ist alles verflucht. Ryan, Ryan, Ryan! Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, 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 Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ich gucke den an. Vielleicht will der einfach nur einen Freund haben. Ich glaube der ist einfach nur einsam. Ich zünde den jetzt einfach an. Wait, wait, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Lass den wieder einfach einbauen. Stimmt. Dann gucken wir den noch nicht mehr an, wenn wir den einbauen. Haa, er ist uns drin. Der rastet aus. Ist der da noch drin? Warte mal. Ist er hier? Ich gucke ihn an, ich gucke ihn an. Hört ihr das? Oh nein, Gabo. Das ist so ein komisches Lachen oder an Weinen. Ich glaube Richtung Ozean müssen wir. Gabo, wenn du dich siehst, musst du... Einsteigen. Nein, Ryan, nimm mich mit. Hier ist ein Boot, hier ist ein Boot. Wieso steigt denn jetzt niemand mehr bei mir ein? Gabo. Ich komme. Warte mal, kann der eben... Kann der eben mehr? Komm mal zurück, komm mal zurück. Die ist jetzt Gambo geworden. Was? Die war im Boot, wo ich drin. Hä? Das Ding ist halt... Warte, ist die hier immer noch drin? Nein, 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 es ist... Hö! Ryan, guck mir das Boden. Guck sie an, guck sie an, guck sie an. Guck ihn an, guck ihn an. Der Stronghold muss hier irgendwo sein. Seht ihr ihn? Ist er nicht da vorne? Ist er nicht da vorne? Wirf mal ein Auge. Wo, wo, wo? Pass auf, irgendwo am Meeresboden ist diese komische Puppe. Ich höre eigentlich, aber ich sehe ihn nicht. Ja, guck runter. Ich komme zu mir, komm zu mir. Okay. Was ist die Richtung, wie sie so ist geworfen? Ja, da lang. Weil es ist entweder an der Küste oder in einem... Oh mein Gott, nevermind. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn rein. Da ist er doch. Ja, oh mein Gott. Was ist das? Ne, das ist nur dieses Geräusch, wenn man irgendwie... In Liverpool Company ist es, wenn man in eine neue Map startet und was bestellt hat. Ruhig. Warte, wo ist Gambo? Wo ist Gambo? Gambo ist nicht hier für mich mal auf der Welt. Aber die Frage ist, wo ist Wambo? Ey! Ähm. Ist hier noch Perlen als Tier? Gib dir das? Mach dir mal zwölf Augen. Oder, oder, oder so. Ja, du kannst es selber machen. Okay. Okay. Okay, Izzy. Jetzt hat Gambo. Jetzt hat richtig Gambo. Okay, warte mal. Ruhig. Wir haben jetzt bis jetzt, Izzy, erstmal Türen zurück. Wir haben drei von vier Lethal Company Monstern, die ich eingefügt habe, hier aktuell schon gesehen. Einen gibt's theoretisch noch. Und ich glaube, ich weiß welcher das ist. Es gibt in Lethal Company sehr viele Monster. Es gibt auch diese kleinen komischen, diese Loot-Bugs, die die ganzen Loot klauen. Es gibt so Stomper, ne, Thumpa heißen die. Das sind so Kriechviecher. Aber es gibt einen, der am allergruseligsten von allen ist. Ahhhh! Ich hab ihn gefunden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da war irgendwas! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Es ist der Chester! Es ist der Chester! Es ist der Chester! Das ist so eine Spielbox! Hilfe! Weil er dreht, er dreht, er dreht sich! Ich hab Goldnuggets! Vielleicht kommt er sie aus! Nein, nein, nein! Die Sache mit dem ist, wenn er beginnt zu spielen, haben wir eine halbe Minute, bis aus der Box was rauskommt und dann ist Apokalypse! Nein! Dann wird jeder von uns sofort sterben! Nein, 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 nein! Was? Ja, wir müssen jetzt! Wir müssen jetzt endlich jetzt zu sehen! Leute, Leute, Leute! Wo? Wo? Wir haben keine Zeit! Bei dem Ding, bei dem Ding! Hier! Wir müssen rein, bevor er aufhört zu spielen! Wir müssen hier lang! Nein, nein, nein! Wir haben jetzt keulert! Oh mein Gott! Okay, angucken, angucken! Mach die auf, mach die auf, mach die auf! Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke! Es ist einfach so weit! Warte, ich will ihn sehen! Oh! Oh! Leute, bitte mach sie! Oh mein Gott! Ähm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was kam da raus? Was war das denn? Oh Gott! Wir sind bei der Company! Wir sind bei der Leasingfirma! Really? Pass auf! Pass auf! Wie geht's? Erstmal Auto leasen! Erstmal Auto leasen! Ja, weil man muss in der... Im Spiel muss man immer so verkaufen bei der Firma den Loot! Ähm! Und... Boah! Krasser Beat! Ryan mach mal Freestyle! Ich hab keinen Cash! Hat gelaggt! Ey Ryan! Ich hab gecheckt! By the way! Es gibt... Ich hab Cash! Und es gibt... Ich hab keinen Cash! Die Frage ist, welches deiner beiden Songs kam zuerst? Es kam zuerst, ich hab Cash! Oh nein! Ja! Traurig! Ich weiß nicht! Ich hab keine Blöcke! Ah doch hier! Warte mal! Der Chester ist hier! Warte mal! Pfff! Alter Easy! Was hast du für ein Glück, das ich jetzt grad gesnickt hab? Warum du hast nicht richtig gekickt easy? Der Chester ist hier! Oh mein Gott! Der ist runtergefallen! Der Bracken ist auch hier! Der Bracken ist auch hier! Der Bracken ist auch hier! Ich hab ihn gesleeft, oder? Nö, ich hab mich grad gepurlt in dem Moment, die sie... Nein, ich wollte den Chester nicht sehen! Der ist einfach runtergefallen! Der ist einfach runtergefallen! Der ist einfach runtergefallen! Junge, sehe ich aus wie ein Chester, pass auf der Bracken ist bei dir! Hey, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Komm, obendrauf! Oben drauf! Bei mir ist der große Chester! Oh mein Gott! Völlig hoch, völlig hoch! Und dre dich um, Bracken! Pass auf, Keule ist das irgendwo! Und pass auf das Mädchen auf! Junge, ist das nicht creepy? Oh mein Gott, die hat hier mal ein bisschen gegessen! Guck mal, dass so ein creepy Totenkopf, der aus dem Ding rauskommt! Ich kann das alles nicht mehr! Ich auch nicht! Ich bin eine Hause! Okay, let's go! Wer von euch braucht noch was? No Pick-up! Warte, irgendjemand boppt bei mir ab! Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör mir ums, ihr Reincohn-Blöcke! Ich seh ich mir wirklich Reincohn-Blöcke! Ich seh die Mitte! Ich seh die Mitte! Ah, wir haben von euch gebraucht noch Pick-up! Willkommen! 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 Ähm, hier nimm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass auf, los! Oh ich stehste işte unten! Den kenn ich! Oh mein Gott! Ja, ja Junge, manche haben da so Tele-Bridge-Zeiten aufgestellt! Junge mit mir sind beide! Oh mein Gott, ich kann das echt nicht. Wait, ich hab kein Crying Absinne mehr. Das sind Geräusche. Das ist crazy, man. Pass auf den Scherz, er läuft zurück zu jemand von euch. Okay, ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Ich bin über hier, Flo, ich seh dich. Nice Bassbridge, Flo. Ne, das war absichtlich, weil oben war ein Ding. Das war ein, das war ein Dropbridge. Oh, bin hier, bin hier. Nein, das ist nicht Geräusche, das ist der Chester. Junge, wir haben alle Monster hier. Wo bist du? Mitte, Mitte, Mitte. Hat mich reingemacht? Oh mein Gott, gar nicht. Guck den Style da oben an. Das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Junge, Ryan, fast bildet sich in eine andere Folge. Passt auf, ob irgendwo keulerts sind. Oder auf das Mädchen. Train kommt! Hey! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, das war ein Ding. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on. Boom! Nice! Oh mein Gott. Aber ich muss ehrlich sagen, das war eine krasse Folge. Lass ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Shop.causwitz.com Hau dir rein, shop in Antwort, lass ein Like da. Und tschau, Leute! Was, dir das war ein? Putz?